hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen let's play projekt von ulja gaming von mir cc joker wie ihr schon seht ich möchte tomb raider die definitive edition spielen ja oldie but goldie besser später als nie was euch dazu sagen bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen dieses spiel selbst zu spielen das möchte ich jetzt aber nachholen und dann zu gegebener zeit wenn dann irgendwann für die ps4 auch das neue tomb raider rauskommt the rise of tomb raider dann auch mal das spiel deswegen dachte ich mir fange jetzt erstmal mit dem quasi ersten teil an und ja ich hoffe wir haben eine menge spaß zusammen und ich werde mal neues spiel drücken ja wie ihr seht 31 12 14 jetzt haben wir ein bisschen später weil schon zwei sechs prozent gespielt also man könnte es eigentlich als blind betrachten leicht normal schwer wir spielen auf normal ich habe ja nicht vor 100 prozent let's play aus der forscher hat einmal gesagt was wir tun ist besonders nicht was wir sind ich wollte mir einen namen machen abenteuer nachjagen aber stattdessen haben die abenteuer mich in unseren dunkelsten stunden wenn das leben an uns vorüber zieht finden wir etwas etwas das uns antreibt so zweitermachen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 «Hallo?» «Ich wusste, dass sowas passieren würde.» «Hilf uns hier mal!» «Jona!» «Ich bin hier!» «Square Enix» «Ja...» «Das war jetzt nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben, würde ich sagen.» «Wir sind jetzt...» «Wo auch immer.» «Ööö...» «Siegt nicht schön aus.» «Crystal Dynamics» «Okay, ich weiß, man sollte sich nicht gleich am Anfang über irgendwas beschweren.» «Aber wenn wir kopfüber hängen, dann hätte ich gerne auch meine Haare kopfüber.» «Für Sieg Engine erstmal gleich in der ersten Minute ein Minus.» «Hilfe!» «Jonah!» «Okay, wir können schwingen.» «Hilfe!» «Runter! Ich muss runter!» «Joa...» «Und da haben wir gesehen, wie das theoretisch geht.» «Wir müssen also bis zum Feuer schwingen oder irgendwo ins Feuer rein.» «Okay, jetzt haben wir hier ein nahes Feuer.» «Ah, nochmal!» «Nochmal, komm!» «Komm, Lara!» «Schaffst du?» «Das wird jetzt wehtun.» «Ja, das glaube ich leider auch.» «Aber besser weh als tot.» «Au! Au! 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 Au!» «Oh nein! Oh nein!» «Uuuuuh!» «Das ist doch jetzt unlustig.» «Schnell rausziehen! 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 Rausziehen, Fieck!» «Komm, schaffst du Lara!» «Uuuuuh!» «Ein ziemlich harter Einstieg!» «Muss ich ja sagen.» «Das ist doch nicht lustig!» «Ja, mal gucken, ob wir hier überhaupt rauskommen.» «Das ist doch schon ziemlich heftig hier.» «Und ziemlich eklig dazu.» «Was ist das hier?» «Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das hier und so?» «Was ist bloß passiert?» «Da hin kommen wir nicht.» «Eine Fackel.» «Nein Fackel, die nehmen wir mit.» «Neue Ausrüstung erhalten, eine Fackel.» «Gut.» «Das war laut.» «Ja...» «Wollen wir bestimmt was abfackeln.» «Halten sie gedrückt, um was abzufackeln.» «Hat geklappt und es löst sich in Luft auf!» «Ich höre Geräusche.» «Nein, er muss mich gehören.» «Ja, dann sollten wir mal besser ein bisschen mehr Gas geben.» «Oh, verdammt!» «Überlebensinstinkt L1.» «Bumm.» «Feuer, Fass und da oben die Leinen.» «So, Papier können wir wieder anzünden, ne?» «Unlustig und anzünden.» «Ich hoffe, das geht jetzt nicht alles genug, wenn da hinten so ein Fass ist.» «Ok.» «Ja, das meinte ich.» «Aber das war jetzt auch laut.» «Schnell durch hier, schnell durch.» «Oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. «Ja, linken Stick, linken Stick, linken Stick.» «Ja, sehr gut. Und wenn die haben, komm da auf. »Ich will dir noch helfen.» «Ich 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 will dir noch helfen.» «Okay.» «Schlick und kacke gucken, dass wir unsere Fackel über Wasser halten.» Langsam vorwärts Das ist alles kein gastlicher ort hier das ist alles nicht schön Aber dann sind wir durch Und den Köpfe über einen Mann, Mann, Mann Willenskraft finden sie einen Weg hinaus Ja gut Was war das? Wegweiser, drücken sie den Einsatzziel Wegweiser zu Markieren Da müssen wir also landen Als Archäologin sollte man das wissen Oh ja erstmal anziehen Und dahinten sind treibende Fässer Das ist schon mal gut, was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht Irgendwas, was man abpacken kann Also mache ich das ok So nicht Was wir da genau machen müssen, weiß ich es nicht Aber so nicht Hier haben wir noch ein Käfig Können wir mit dem irgendwas machen? Wir könnten ihn schieben Äh, ja Kann man hier auch rausspringen? Nein, das geht wieder nicht Ok, dann Nochmal hier rauf Nochmal hier rauf Jetzt zurück, oder? Das ist doch viel zu langsam Ah, warte mal Kann ich hier vielleicht irgendwie drucken? Nein, das erlaubt mir das Spiel nicht Kann ich irgendwas an... Ich dachte, das habe ich schon verbrannt Ah Ok Anscheinend zwei Seile, gut Und jetzt... Können wir das jetzt durchschieben hier? Ne Warum nicht? So, die Luke ist nicht dauerhaft... Naja, überlebensinstinkt Den will ich jetzt gerade nicht Das heißt, wenn ich jetzt... Hier hinspringen kann sie festhalten Ah Und jetzt lebe da alle mit dem Schrott rein Der dann hoffentlich schwerer ist Dann können wir das vielleicht auch... Durchschieben So läuft der Hase also Ich weiß nicht, ob das schon genug ist Aber... Ja, wenn man das jetzt vorher noch anzündet Dann ist das bestimmt ganz toll Idiot Olli, Idiot Richtig großer Idiot Was ich aber wiederum ganz cool finde, dass da nicht immer die gleiche Anzahl an Gegenständen reinfällt, sondern... Weil da dauert es überhaupt was drin ist Und... Dann auch nicht alles rein... Das haben die ganz cool gemacht So, einzünden Und schieben wir dann... Jaaaa... So geht das... Ich muss sofort hier raus... Guck mal auf 250 EP erhalten Dann mal durch da... Oho... Was steht soll das eigentlich... Ich weiß nicht, wenn ich gleich nicht plant... Aha... Da ist der Ausgang... Oder auch nicht... Oh nein... Ich habe eine Idee... Ich habe eine Idee... Au... Weiter, 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 weiter... Uuuuuh... Oh nein... Uuuuh... Schwingen... Schnell, la la... Oh... Geht dir das hier leid... Oh nein... Oh nein... Was ist denn da... Komm... Lass los, du Affe... Komm links... 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 Aaaa... Aaaa... Au... Er lädt... Ja, das sehe ich... Au... Ah... Links... Rechts... Ich bin einfach zu dämlich dafür. Gibt es nicht. Erste Folge, zwei Tode an der gleichen Stelle. So, jetzt. Also. Man hat gerade extrem wenig Zeit da zum Grunde. Na gut, das macht ja im Grunde auch Sinn. Springen! Jawoll! Oh nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Äh, äh, äh. Jetzt muss ich auch noch Mautenklein was machen. Weg. Meine Güte. Weiter, 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 weiter. Weg. Oh Gott. Das ist aber über-mega-laut hier, muss ich ja sagen. Oh Gott. Rasante erste Folge, ne? Kann man nicht anders sagen. Und wo sind wir hier losgelandet? Auf irgendeiner verschollenen Abriss-Abbruch-Insel? Keine Ahnung. Irgendwann ein Schiff und Flugzeug-Friedhof. Ja, Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zu Two-Raider. Uh, nochmal 300 EP bekommen. Jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Jetzt bleibe ich hier sitzen und heule. Aber das wäre ja nicht Lara Crofts Attitüde. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal bein. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich an einem Herz. Ins Zeichen. Suche nicht nach Hinweisen, auch an Überlebende. Sprachsteuerung. Stimmeanzeige zeigt auf dem Bildschirm an, ob Sprachverfehle verfügbar sind oder nicht. So, und jetzt muss ich gucken, habe ich dieses Feature an- oder ausgemacht? Denn man muss, äh, man kann nämlich, wenn man hier rüber geht, mit dem Stick-Steuern, äh, mit dem Controller-Steuern. Ja, ich glaube, es ist an. Also muss ich jetzt immer mit dem Controller-Steuern, mit ihm beziehungsweise immer gegenlenken. Wenn Lara zu irgendeiner Seite kippt. So, ich will sie mal rüber. Und weiter. Und sprung! Jawoll. Dass die man noch so springen kann, so verletzt wie die ist. Naja, halt ein Pfeifels-Vibe. Oh, hallo. Okay. Oh, schön. Ähm. Und das hoffe ich doch, so. Okay. Hier kann man dann wieder greifen. Und muss natürlich nach oben springen. Jetzt hier rüber. Aber auch hier sind sie ja im Grunde ganz, ganz nett markiert. Die Sachen, die man so... Greifen. Und weiter, weiter, weiter. Okay. Haben es anscheinend geschafft. Und... Hier 100 E-P-Mann, das geht sehr gut. Los hier. Ein eher trostloser Ort. Also echt mal. Und wenn wir hinaufklettern. Irgendwie so x-m flachen Sprung. So, wie hat denn das so, ne? Die Sachen von unseren Leuten. Das ist mal gut. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Sie müssen hier gewesen sein. Okay, neue Ausrüstung erhalten mit Funkgerät. Äh, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich gucke mir jetzt einfach mal alles an. Okay. Was? Nein. Bitte nicht. Oh, verdammt. Mal rutscht man hier ab. Zuflucht vor dem Sturm suchen. Ich gehöre Hunde. Ich gehöre Hunde. Das gefällt mir nicht. Was sind das hier? Ja. Ja. Ja, eine ewige Sache. Hier könnte man Zuflucht sehen, ne? Den Felsvorsprung. Ja. Wenn der über einen zusammenbricht, dann ist auch mal Ende. Dann hast du so eine ewige Zuflucht. Hört mich irgendjemand. Bitte antworten. Ob das alles so trocken aussieht. Ich hoffe, er ist für Lara. Oh, ein Streicher jetzt, wenn ich das versaue. Okay, das lässt mich das Spiel anscheinend gar nicht machen, weil das Spiel weiß. Ich würde es versauen. Sehr weises Spiel. Ich würde es versauen. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns. Mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autorin Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Zwei Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff! Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel, ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesen Dreieck lag? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Okay, da haben wir noch mal einige Hintergrundinformationen bekommen. Das ist nur wenigstens, was wir hier machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Jo, das würde ich sagen, gehen wir aber erst in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut auch in den nächsten Folgen zu, wenn wir uns weiter mit Lara durch. Anscheinend Yamatai suchen und diese göttigen Himiko suchen. Und natürlich unsere Freunde finden, hier wieder in Com. Was man halt so als Lara Croft macht. Und als UiGamer. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.